Das bin ich, das bin ich. Ich habe doch gesagt, ich mache es dramatisch. Und was passiert jetzt hier? Das war das Live Event. Schön, dass du dabei warst. Ich würde sagen, das war es. Dieses Licht hat nochmal in zwei Wochen ab. Warte, ich flieg mal, ich flieg mal hier rein. So, guten Tag, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch zu meinem Live-Event. Voll lost, Alter. Oh, 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 das Ding ist weg. Oh, ey, ey, der wird grob, ich wollte gerade sagen, Alter. Jetzt heilt's Maul, heilt's Maul, heilt's Maul. Das sieht aus wie so eine Holo-Version. Es ist eine Holo-Version, aber er erzählt's keinem. Alter. Die Power Ranger kam jetzt an. Psst. Ich verstehe. Psst. Du bist ein Geldkusser. Hallo, dunkler Lord, wie geht's dir? Scheiße, bist ja unten, bist ja ein bisschen durchsichtig. Ja, ist doch eine Menschenfresse. Ja, natürlich. Ja, das sieht anders aus. Hey, weg, ist das falsch, ich habe gerade geblieben. Oh, 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 oi. Boah. Ich habe Angst vor ihm. Von was soll ich mich denn hüten? Ey. Alter, ich flieg weg. Aber wo flieg ich hin? Tschüss, Brie. Boah. Bei mir ist es ganz leicht. Äh. Äh. Ich konnte nicht halten. Alter. Boah, wie geil. Boah, wie geil. Alter. Lukas, halt mal die Klappe jetzt. Boah. Boah. Alter. Ja. Nein, das ist echt was. Nein, das ist echt was. Ach, das ist schon verbiert. So, wie geht's? So, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich nicht. Ich stehe hier immer noch. Ah, jetzt, 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 jetzt. Halt doch mal die Klappe. Genieß es. Alter. Alter. Alter, wir haben sie jetzt auch erst mal gestummt, sorry dafür Leute, aber das war jetzt zu viel. Alter, wir können schießen, was für Drohnen, oha, ja, Brudi, ich muss los, wenn die Drohnen wieder schreien. Wie ein Bus, ja. Ja, mach ich. Nice. Wow, das ist echt wunderschön, aber gar nicht gut. Nö. Wir müssen ihn sofort vom Nullpunkt wegbekommen. Okay, richtig witzig. Aber ich glaub, er hat dich gesehen. Hey Blonchen, da drüben ist ein Bus, der sich ziemlich aufheizt. Ja, mach ich. Alter, wie übelst krank ist das denn bitte? Oh. Oh. Ha 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 ha. Boah. Ja. Krass. Alter, als ob. Guckt euch den Scheiß an, ey. Ja, ja. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich hier rauskomme. Ah, ja. Okay. Ha 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 ha. Alter. Nein, das ist nicht möglich. Wow. Boah. Ja. 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 Das ist ja. Ja. ich schneide ich nase verpindung wird hergestellt abwarten teet lukas ja hast du auch verbindung wird hergestellt und das war doch eben geil oder als wenn ich jetzt das spiel abschalten meinst du das war es jetzt schon oder was ein zwei tage digger ich dachte ich dachte ich habe anscheinend sieben stunden sieben stunden sieben stunden guck doch einfach bei mir in den stream digger siehst du es doch also jetzt können wir nichts also das heißt wir können jetzt nichts machen das ist um sechs uhr morgens wenn wir jetzt richtig haben wir dich ich denke ich denke du bist du bist du in den letzten an Olli sagt er ja mein lieben das war's vom live event ich sag danke fürs reinschalten und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen es ist doch normal wenn das vorhin so laut war aber das ist halt wenn man mit mehreren leuten sich das anschaut es ist halt etwas laut ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen lasst ein Däumchen da schreibt was in die kommentare ich bin raus euer Danny ciao ciao